Hallo und willkommen zurück zum Schießstand. In der Foto- und Videowelt gab es ein riesiges Badabum. Denn der Schießstand hat seine Facebook-Seite und seine Facebook-Gruppe eingestellt. Wir beide, wir waren da einfach nicht mehr so aktiv, deswegen war das für uns einfach die logische Schlussfolgerung, das beides zu löschen. Wir haben jetzt aber was Neues vor. Was das ist, das erfahrt ihr im Livestream, das ist ja ungefähr so 3, 4, 5, 6, 7 Tage nach dem Newsflash hier immer. Ihr werdet es natürlich aber auch über unsere anderen Kanäle mitbekommen. Was es sonst noch in der Foto- und Videowelt gab, das erfahrt ihr jetzt hier gleich nach dem Intro. Viel Spaß dabei und wenn ihr merkt, ey, das Video, das hat mir was gebracht, dann lasst ein Like da, ding, ding, ding. Das ist richtig wichtig für den YouTube-Algorithmus. Abonniert den Kanal, wenn ihr unsere Videos in der Abo-Box haben wollt. Und wenn ihr nicht ständig in die Abo-Box schauen wollt, dann aktiviert auch noch die Glocke. Dann bekommt ihr nämlich von YouTube eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Jetzt aber los geht's. Fangen wir mal an mit Sony. Über das neue PZ1635G Blende 4 muss ich wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. Das ist das erste Mal, dass wir ein Objektiv noch vor der Vorstellung testen konnten. Und David hat natürlich darüber ein Video gemacht. Das findet ihr hier oben in der Infocard, beziehungsweise auch nachher hinten auf der Endcard. Und er hat da eigentlich auch alles gesagt, zumindest mehr als die anderen. Kurzfassung, ein super kleines und leichtes Weitwinkel-Zoom. Sogar das kleinste und leichteste aller Marken. Aber mit einem etwas heftigen Preistack von 1500 Euro. Als Paus-Zoom richtet sich es vor allem an Filmemacher. Es liefert aber auch ordentlich ab und übertrifft in fast jeder Hinsicht das alte Sony Size 1635. Leider ist die Verzeichnung wirklich unangenehm heftig. Links zur Linse findet ihr wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Auch so gibt es Neues für Sony. Es gibt eine neue Firmware für die Sony A7 IV, die das Augen-Auto-Fokus-Problem beheben soll. Das ist schön und gut und wichtig, aber Sony macht da so ziemlich alles verkehrt, was man verkehrt machen kann. Das würde jetzt viele Nutzer anderer Marken sicherlich verwundern. Aber es ist wirklich so. Bisher gab es bei Sony keine Möglichkeit, die Firmware ohne eine dauerhafte USB-Verbindung zu einem PC oder Mac zu aktualisieren. Das heißt, für die 15 bis 30 Minuten, die das dauern kann, muss die Kamera angeschlossen und verbunden bleiben. Auf neuere Macs bekommt es jetzt eine besondere Brisanz, denn unter macOS ist es notwendig, eine Kirne-Extension zu installieren, um die Firmware aktualisieren zu können. Diese Kirne-Extension erlaubt Apple momentan zwar noch, dafür muss man aber im Boot-Menü Sicherheitslinien außer Kraft setzen. Und Apple hat schon angekündigt, dass das nicht mehr lange gehen wird und Kirne-Extension komplett deaktiviert werden. Das klingt, als würde man von Jahrzehnte-alter Technik reden, aber nein, so läuft das bei Marktführer spiegelloser Kameras seit eh und je. Mit dem neuen Menü, also auch in der A7 IV, gibt es jetzt einen Button für SD-Karten-Updates. Also mit Firmware-Fields auf der SD-Karte, die man dann über das Kameramenü installieren kann. So wie das bei Nikon, Canon, Fuji und vielen mehr läuft. Nur bietet Sony seine Firmware-Updates noch nicht als Download für die SD-Karte an. Und da fragt man sich nur so, why? Ob es Absicht ist oder nicht, aber bei neuen DJI-Drohnen gibt es meistens im Vorfeld schon jede Menge Gerüchte, Bilder oder die Geräte werden vorab schon mal in irgendwelchen Ländern verkauft. Als nächstes steht wohl die DJI Mini 3 in den Startlöchern. Und wir können wohl mit zwei verschiedenen Versionen rechnen, einmal mit einer Mini 3 und mit einer Mini 3 Pro. Auch interessant ist ein Bild einer neuen Fernsteuerung mit integriertem Display. Also ein DJI RC Pro, nur eben für die Mini. Interessant ist hier vor allem wieder, was DJI alles in die 240 Gramm packt. Es gibt Hinderniserkennung, einen größeren Akku und wohl eine komplett neue Kameraeinheit. Mit 24mm Blende 1.7 äquivalent. Die Sensorgröße ist noch nicht genau bekannt, aber man redet in Gerüchten von einem 1 Zoll großen Sensor und das ist natürlich brachial in so einem kleinen Ding. Was noch nicht ganz geklärt ist, ob es neben der Pro auch eine normale Mini 3 gibt. Also eben ohne Pro. Wir könnten uns vorstellen, dass die Mini 3 ohne Pro halt einfach ohne diesen Controller ist. Aber mal sehen. Zu dem Preis ist leider auch noch nichts bekannt. Aber vorgestellt werden soll die Mini 3 laut anderer Leaks wieder Ende April. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Wem die bisherigen 256 GB nicht genug waren, der kann jetzt 512 GB UHS-II SD-Karten von Visso und Saprend kaufen. Ob das jemals eine gute Idee war, so viele Daten auf so einem relativ unsicheren Medium zu speichern, das ist eine andere Frage. Wir würden uns da lieber SD-Express-Karten oder UHS-III-Karten sehen. Denn eine volle 512er Karte mit 250 Mbit pro Sekunde auf dem PC zu kopieren, würde euch satte 35 Minuten kosten. Auch bei Nikon gibt es einige Neuigkeiten. Bei der ersten hat Blackmagic vermutlich schon mal den Grundstein für ein baldiges Nikon Z9-Firme-Update geliefert. Denn Resolve unterstützt jetzt in der neuesten Version ein Nikon RAW-Video-Format, was es noch gar nicht gibt. Bei der Nikon Z9-Vorstellung hatten wir es ja schon mal angesprochen, dass da was kommen soll. Jetzt kommt es wohl bald und mit Resolve könnt ihr es dann auch bearbeiten. Wenn wir mal ein Nikon Z9-Review machen sollen, dann schreibt das mal unten in die Kommentare und dann probieren wir da mal was in die Wege zu leiten. Auch an der Objektivfront gibt es Neuigkeiten bei Nikon. Das 800mm mit Blende 6.3 ist wieder mal so eine Linse, die sich vermutlich nur die wenigsten von euch kaufen werden. Aber für die, die so eine Brennweite brauchen, ist das Ding sicherlich super interessant. Normalerweise haben 800mm Linsen immer Blende 5.6, wie ihr jetzt zuletzt auch gesehen bei Canon. Aber sie kosten leider so viel wie einen Kleinwagen und liegen gefühlt auch so viel. Nikon macht Blende 6.3 draus, man verliert also nur ein Drittel Blende und bekommt dafür ein 800mm, was deutlich kleiner und deutlich leichter ist als bei der Konkurrenz. Und noch dazu, mit nur 7300 Euro für so ein Objektiv relativ erschwinglich ist. Das klingt ziemlich gut und erste Reviews von Vorserien-Exemplaren sehen auch noch vielversprechend aus. Ein Review zu der Linse wird es hier wahrscheinlich bei uns aber nicht geben. Einen Link zum Objektiv findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auch bei Canon tut sich einiges und es gibt eine neue Firmware, die auch wie bei Sony Autofokusprobleme beheben soll, mit denen sich die Kamera seit Version 1.5 herumschlägt. Wir hatten deshalb sogar eine Downgrade-Anleitung erstellt gehabt, um wieder auf Version 1.4 zu kommen. Laut einiger Berichte und Erfahrungen soll 1.5.2 wohl den Großteil der Probleme lösen. Davids Video-Auto-Fokusprobleme, die seine R5 seit Anfang Dezember mit der Version 1.5 hatte, sind damit aber leider nicht behoben. Hm, ärgerlich. Aber was David hilft, ist, dass die Canon R5C ausgeliefert wird und wir schon mal unser Modell erhalten haben. Und David fleißig an einem Review arbeitet. Abo-Knopf, Glocke, dann verpasst ihr es nicht. Wenn ihr ein Ninja 5 oder Ninja 5 Plus von Atomos besitzt, solltet ihr eure Firmware auch aktualisieren. Denn da gibt es ein cooles neues Feature namens Onion Skin. Damit könnt ihr Frame Grabs, also Screenshots, eurer Videos erstellen und dann über das Live-Bild legen. Das ist super praktisch, um zum Beispiel bei Retax alles gleich wieder aufzubauen oder die Schauspieler gleich wieder zu platzieren. Aber das war es immer noch nicht an der Firmwarefront. Auch Fuji hat für viele seiner Kameras Updates rausgebracht. Vor allem Updates, die das TESCAM XLR-Modul unterstützen und einige interessante Funktionen mitbringt. Wie zum Beispiel die Aufnahme von 4-Kanal-Tonen über das XLR-Modul und die integrierten Mikrofone. Und auch eine Funktion zur Temperatursteuerung der Kameras ist nun vorhanden. Ähnlich wie bei Sony kann man jetzt zwischen Standardabschaltetemperatur und einer erhöhten wählen, um Overheating-Probleme zu umgehen. Links zu den genannten Firmware-Updates gibt es unten in der Videobeschreibung. Shift-Objektive sind eine ziemlich kleine Nische und vor allem dann wichtig, wenn es um das Ausgleichen von Perspektive geht. Also vor allem bei der Architekturfotografie. Jedenfalls gibt es da jetzt was Neues und zwar von Laowa. Die haben jetzt ein 20mm Shift-Objektiv mit Blende 4 vorgestellt. Wie gewohnt voll manuell und für unzählige Mounts. Es soll 1500 Euro kosten und ist damit natürlich nicht gerade günstig. Aber für ein ordentliches Vollformat-Shift-Objektiv ein wirklicher Geheimtipp. Ein Link zum Objektiv ist unten in der Videobeschreibung. Zum Schluss gibt es noch ein bisschen was aus der Gerüchteküche. Laut Sony Alpha Rumors soll es im Jahr 2022 noch keinen Nachfolger der beliebten A7C geben. Das ist etwas schade, denn die A7C ist zwar eine tolle Kamera, hat aber auch einige Schwächen, die man in einer neuen Generation auslösen könnte. Gerade das neue Menü würde dieser Kamera gut zu Gesicht stehen. Naja, auch Sony Alpha Rumors hat ja den Ruf öfters mal daneben zu liegen oder von neuen Produkten erst in letzter Sekunde zu erfahren. Neue Gerüchte gibt es aber auch zum Sony 24-70mm Blende 2.8 G Master in Version 2. Da hatten wir ja schon im letzten Jahr von berichtet und im April soll es dann endlich soweit sein. Naja, mal sehen was da jetzt dran ist. Was uns ein bisschen verwundert, sind die Gerüchte zur Fuji X-H2, die nun doch nur 26 Megapixel haben soll. Dafür aber einen neuen Sensor. Erst war von über 36 Megapixel mit 8K die Räder. Aber es hieß auch mal, es soll wohl zwei verschiedene Versionen geben mit unterschiedlichen Sensoren. Naja, wir sind mal gespannt. Welches dieser Gerüchte war denn euer Favorit? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und wie gesagt, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Hier sind jetzt noch zwei weitere Videos für euch. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.